Ich finde, das Team hat stark gespielt und die ganze Partie bestimmt. Ramis Tor hat zwar das Ergebnis verändert, nicht aber unsere starke Leistung. Ich verstehe das nicht. Er ist zwar hart in den Zweikampf gegangen, aber in Richtung Ball. Ein normales Foul. Die rote Karte verstehe ich nicht. Sie hat mich überrascht. Wir müssen uns vor Augen halten, dass PSG ein starkes Team mit großen Spielern hat. Wir haben versucht, die Konter zu vermeiden, gefährliche Konter zu vermeiden. Aber in der ersten Halbzeit haben wir nicht gut gespielt. Es läuft alles gut. Er ist angekommen, hat ein bisschen Zeit mit der Mannschaft verbreitet. Morgen startet er das Training. Wir schauen dann, wie fit er ist und entscheiden, ob er in den nächsten Spielen schon mitwirken kann.